So! Hi! Guten Morgen! Heute ist wahrscheinlich kein guter Tag. Alle neutral, naja. So. Kult mit rein, super. 21 von dem Dingern haben wir immer noch. Hm, was machen wir denn heute? Achja, wir wollten heute wegen dem Monster-Zieh gucken. Ansonsten... Kann man noch ein bisschen Kult verarbeiten. Und Seber auch. Seber wäre vielleicht gar nicht so blöd. Und Kupfer. Kupfer könnten wir auch verarbeiten. Naja, Kupfer kann man auch bei Monster verarbeiten. Hm, so, Schätzi! Wo läufst du denn hin? Vicky! So, Schätzi. Hallo! Hey, wie hast du letzte Nacht geschlafen? Ich hab dir etwas Mumeln gehört. Ja, Schatz. Hm. Man merkt schon, ich hab Schlafstörungen. Immer wieder so, ich hab dich Mumeln gehört. Schlecht geschlafen. Aber es war niedlich. Super. So. So, dann gucken wir erstmal nach meinen Tierchen. Wo kommen sie alle raus? Danke, Georgie. Jetzt haben sie auch schon viel mehr Platz. Ich überlege gerade, wenn ich hier so abgrenze... Vielleicht besser wenn ich es hier so abgrenze, dann schaut es nicht so komisch aus. Hier ist so abgrenze, dann sind die ganzen Viecher da drin. Das geht auch nicht so ganz, wie ich es haben möchte. Habt! Ah! Hm. Mein Gedanken so, hey, ich könnte hier so abgrenzen und das aber besser. Also, hm, nö. Hier sind ja doch die Hasen. Habt ich Häschen schon gestreichelt? Nein. Aber nicht jetzt. Wie lang dauert denn das Kino, Baby? Ich weiß nur, dass es verdammt lang dauert, so schlimm. Aber... Ja. Ist doch schön, dass hier schon wieder ein bisschen mehr Platz ist. Super. Ein Trüffel! Na, jetzt hat er mehr Platz, Juku. Ich hab ja zwei Trüffel bekommen. So muss das. Also, das mal mitnehmen... Ich weiß nicht, das ist ja noch nicht voll. Nö. Das war hier komisch. Ich glaub es habe ich ja erst ausgeräumt. Süß! So, und wieder alles beladen mit Eier. So! Wunderbar. Und da haben wir zwei Eier. Oh, da haben wir auch noch eins. Es ist aufgeregt, wirklich. Ja, schaut's aus. Super. Sehr schön. Nein, ich möchte mit Gigi jetzt nicht essen. Wie kommst du nur auf die Idee? Spiel. So. Ja, hier. Packen wir einfach mal in das Zeug, was wir hier eh bekommen. Gleich mit rein. So. Dann können wir heute mal durchlaufen und mal wieder gucken, was so alles rumliegt, oder? Boah. So ein kleines Katzenflug. So ungefähr. Hm, so. Ist auch noch mal weg. Habe ich da zufällig? Oh, es gibt Trüffel. Kann ich mehr Trüffel zu Trüffelöl machen? Hm. Ja. So. Dann muss ich trotzdem das Zeug mal ein bisschen wegpacken. Damit ich mehr Platz im Inventar habe. So. So. Ja, es irritiert mich hier auch, dass hier ein Stück fehlt. Vielleicht mach ich's auch gleich hin. So. So. Das ist auch weg. Das ist ein normaler Käse. Der kommt weg. Das kommt auch weg. So. So. Hallo Schatz. Jetzt Kuss. Hm. So. Ich hab Stein. Ein Steinboden. Ist das der Richtige? Ja. Ja. Super. Super. Mach ich mal ruhig. So. Mein Fässig mit. Schauen wir mal, was so ansteht an Würmern. Und weil wir hier, hier, da die Bären kriegen. Können wir die kostenlosen Bären ja auch mitnehmen. Ah. Ich weiß noch, was das für ein schönes Gefühl war, zum allerersten Mal so Bären zu pflücken. Im Game. Achja. So. Dann könnte er alles wegmachen. Ich weiß gar nicht, ob ich da mit Pferde überhaupt dazu brauche. Weil... Ja. Na ja. Na jetzt ist es ein bisschen schneller mit Pferd. Komm mit. So. Hier wieder was. Dann natürlich auch mit. Mit Pferd. Pff. Wir fahren auch wieder runter. Wieder da entlang. So hier ein paar Bären. Dann ein paar Bären. Dann ein paar Bären. Dann ein paar Bären. So. Na da. Ja. Ist auch schön, dass ich alles auf Max habe. Dann kriegt man auch relativ viele Bären. So. Ach, dann gehen wir hier auch gleich rein zum Ernten. Komm mit Pferdchen. Jo. Dann nehmen wir uns Hartholz auch gleich mit. Und was sonst noch so hier alles gibt. Ja, hier gibt es auch Bären. Das hatte ich ganz vergessen. So. Dann nehmen wir natürlich hier auch Bären mit. Das ist dann gleich das Inventar vollgemüllt. Ich hab's da relativ gut aussortiert. Von daher passt's ja. Super. Tuch. So viele Bären. Krass. Da. Ich hab's einen Bären-Paradies. Ich hab's da hinten rein. So komm ich dahin rein. Ich hab's da hinten rein. Wenn ich sieh. So. Hm. Ja noch ein paar Bären. Doll. So viele Bären. Kann ich nur wiederholen. So viele Bären. Da steht mein Pferd. Voll übertrieben. Ah, wie gern will ich hier auch da. Und auch Bären sammeln. Achja, gab's nicht den Lenkdusch im Herz? Oh Gott, was? Lenkdusch im... Gibt's im Winter. Ja, okay. Na, im nächsten Monat. Dass hier gar keine Slime stars sind. Ist bisschen komisch. Ein bisschen komisch. So. Ha. Schön. Ich will auch Bären sammeln und ich will Kuchen backen. Ja, ich hab Bedürfnisse. Also voll cool. Wenn ich drüber nachdenke, ich hab noch nicht so oft Kuchen gebacken. Aber ich hab relativ oft Muffins gebacken. So voll der Master. Bin gut im Muffin backen. Kuchen backen oder so. Würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich gut bin. Ja. Keine Erfahrung. Na, Muffins oder so. Wunderbar. Das kann nicht. So. So ein Pferd. Da. Das geht schon fast wieder unter. Zwischen dem ganzen Zeug. Hm. So. Hier. Da sind auch keine Würmer. Zumindest sehe ich gerade keine Würmer. Also ich wär sogar so begabt, dass ich sogar die Würmchen, äh die Würmchen die Bären vom Pferde unterpflücken könnte. Ja. Also wenn ich auch vom Pferd bin vom Pferde unterpflücken könnte. So. Sehr schön. Hier noch ein bisschen was. Ich will Bären irgendwo zusammenkriegen. Ob wir über 100 Bären zusammenkriegen? Bestimmt. Ja okay. Vielleicht auch nicht, aber... Ich glaub schon. So. Komm mit mein Pferd. Hm. Eigentlich könnt ihr jetzt nicht zu sich dem trainieren, dass es Würmer sucht. So. Komm such Würmer. Dann kommst du wieder zu Frauchen und zeigst wo die Würmer waren, gell? Frauchen braucht Würmer. Dann hätt ich mir wahrscheinlich einen Hund nehmen sollen. Na gut, der Hund macht das auch nicht. Leider. Das wär cool, wenn der Würmer suchen könnte. So. Oder wenn die dann so, keine Ahnung, das so erweitern würden, dass dann praktisch die Katze einen Fisch ans Bett bringt in der Früh. Sowas wär auch relativ lustig. Aber Mäuse gibt's ja hier nicht. Die Katze essen ja auch Fisch. Von daher könnte der Fisch dann da hinlegen. Das wär relativ lustig. So. Was ist da? Es gibt wieder viel Holz. Sehr viel Holz. Sehr viel Holz. Und sehr viele Bären. Und kein Lauch. Keine Flügelstwiebel. Lauch und Flügelstwiebel sind nicht dasselbe. Ja. So. Wo ist mein Pferd? Da ist mein Pferd. Komm mit. Mein treues Pferd. Ah. Wird das Pferd. Pff. Ah. Ich hätt auch gern ein Pferd. Hm. Schon irgendwie süß. Okay. Ich hätt gern irgendein Tier. Das wär relativ egal welches es ist. Na klar. Ich will nicht alleine sein. Ist uncool. Ich bin gar nicht so wählerisch. Aber ein Reptil muss es nicht unbedingt sein. So. Reptilien steh ich nicht ganz so. So. Irgendwie denk ich jetzt an eine Spinne. Weiß einfach nicht wieso. Aber Spinnen steh ich noch sehr viel weniger. So. Hier haben wir auch wieder was. Es sind auch gar keine Würmer. So. Ja. Ich finde es schaut auch wunderschön aus hier von Lea. So. Hier noch ein bisschen Platz. Hier könnte man sogar noch Korallen und Muscheln mitnehmen. Wenn ich wollen würde. Hallo Lea. Nein. Ich wollte dich in Bären ernten. Nein. Ich hab nur eine gekriegt. Lea ist es deine Schuld. Wie ist Lea ein schöner Name? Oh. Du bist ein fettes Pferd. Geh mal den anderen Weg. Ah. Das sind auch noch Bären. So. Heute ist der zehnte. Mal gucken wie lange es da noch Bären gibt. Hier sind Würmer. Oh mein Gott. Würmer. 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 Hatte ich das schon? Ja. Ach komm. Das ist doch uncool. So. Oh ein Artefakt. Hatte ich das schon? Ja. Na mal. Soll es auch anders sein. Hm? Das ist doch nicht cool. Das ist nicht mehr mit. Mit Pferd. Hier nochmal was. Da nochmal was. Morgen enden wir dann den Rest von überall. Was sonst so geht. So. Hier das da. Das Inventar ist voll. Wie soll es noch anders sein? Da brauche ich hier eigentlich ganz groß einen Würmer. Zu voll verfehlt. So. Ja guck mal. Da gibt es ja egal. Na dann können die Würmchen schon mal wieder woanders sein. Das sind ja auch nochmal Würmer. Das sind ja auch nochmal Würmer. Da haben wir einen Seestellen. Den hatte ich ja auch schon. Oh. Na ja. Na ja. Gut dann gehen wir wieder nach Hause. Na warum morgen mal hier weiter und gehen dann den Rest ab. Wenn die Geister nicht glücklich sind. Wenn die glücklich sind dann mal gucken. Dann mache ich es vielleicht trotzdem. Vielleicht dass man ihn wieder fertig haben möchte. Und weil es ja auch noch Bären gibt. Kann ich hier eine Quest annehmen? Ich kann eine Quest annehmen. So. Jetzt haben wir hier. Suche Schwarzbarsch für einen Fernsehsnack. Okay. Schwarzbarsch. Ja. Vielleicht gehen wir fischen. Mal schauen. Warte. Schwarzbarsch. Den könnte ich ja einfach so auch haben. Da brauche ich ja gar nicht fischen dafür. Das ist ja nur mal bei Willi. Ach. Da könnte ich einfach so ein Schwarzbarsch bringen. Das ist ja auch mal was. So. Da haben wir einmal das hier zum Verkaufen. Einmal das hier zum Verkaufen. Und für den Rest können wir... Oh. Ja. Lol. Wir haben 100... 98... 50... WTF? Was ist falsch mit mir? So ein Trüffel. So. Dann packen wir das da wieder rein. Super. Dann haben wir immer das zum Wegmachen. Das da zum Wegmachen. Das kommt natürlich auch weg. Und das und das. Und äh ja... Ich hab meine Stimme... Wie immer. Ähm... Das kommt weg. Und... Warte. Hier Pelze. Ja. Das auch Pelze. Das ist auf dem Pelz. Und dann müssen wir mal gucken wegen Schwarzbarsch. Schwarzbarsch. Ich habe bestimmt hier auch was. Ja. Schwarzbarsch. Schwarzbarsch... Schwarzbarsch... Schwarz Katzenfisch. Nein. Barsch... Mö. Ich schaue den Schwarzbarsch aus. ich habe ein schwarzbarsch aus mal so serious question glasaugen hier vor der gottes lexel fisch, schnecke, schwarzbarsch super, dann mal schon schwarzbarsch ist noch nix fertig naja, die Dinger kann man nicht da drin lassen, ist egal jo, passt schon wir gehen einfach ins Bett, ist eh schon spät wie viel Geld haben wir? ja mein Fortschritt wurde gespeichert ah, es fehlen immer noch ungefähr 700.000 meh